Sie klatschen trotzig gegen die mauen Umfragen an. Etwa 2500 Genossen und ihr Kanzlerkandidat Peer Steinbrück machen sich in Hamburg gegenseitig Mut. Die SPD läutet von hier die heiße Wahlkampfphase ein. Steinbrück will vor allem die unentschiedenen Wähler erreichen. Dann sei der Stimmungsumschwung noch möglich. Wir können den Wechsel schaffen. Wir können den Wechsel schaffen mit Rot-Grün. Und wir können den Wechsel schaffen mit mir als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Die Ziele des Kandidaten klassisch sozialdemokratisch, höhere Steuern für Gutverdiener und ein gesetzlicher Mindestlohn. In Europa will Steinbrück den Sparkurs in der Euro-Krise abmildern. Die Kanzlerin verwalte die Probleme nur, packe aber nichts wirklich an. Diese Bundesregierung ist Stillstand. Stillstand ist nicht anstrengend, wie ich zugebe. Dieser Stillstand gefährdet die Zukunft dieses Landes. Und Sie müssen dazu beitragen, dass sich das genau am 22. September ändert. Am Ende ein Geschenk. Ein Plüschnashorn, das Lieblingstier Steinbrücks. Es kommt sehr langsam in Gang. Ist es aber erst mal in Fahrt, ist es kaum noch aufzuhalten. Darauf hofft auch Steinbrück für den Rest des Wahlkampfes. Ein Plüschnashorn. Am Ende ein Geschenk. Darauf Ohne. Ich bin bin ein Plüschnashorn. Daraufhören Sie auch an Einladen. Daraufhören Sie den Julgermeisten. Erstens!